Okay, wir starten direkt. Daniel oder Halki? Halki. Halki oder Halkstar? Halki. Cottbus oder Lübeck? Lübeck. Lübeck oder Magdeburg? Oh, das ist schwer. Lübeck. Alexander Nuri oder Rolf Lander? Das ist eine brutale Frage. Boah. Ich muss mich entscheiden, ne? Ja. Ich will noch ein paar Spiele machen. Rolf Lander. Nordderby, Werder Bremen gegen HSV oder VfB Lübeck gegen Hotschland Kiel? Da ich selber lieber Derbys spiele, also VfB gegen Hotschland Kiel. Notbremse oder Gegentor? Notbremse. Torschießen oder Torverhindern? Torverhindern. Aufstieg oder DFB-Pokal? Oh, das ist auch brutal. Oh, da gibt es gar keinen oder. Das ist wirklich fies. Aufstieg oder DFB-Pokal? Aufstieg. Letztetrage. Was war dein bisher schönster Moment beim VfB Lübeck? Mein bisher schönster Moment. Oh, es gab viele schöne. Ich glaube, dass 2-1 gegen Havelse, wo wir 3-1 gewonnen haben jetzt in der Saison, das 2-1 davon. Das ist, glaube ich, mein erstes Tor auf der Lohmühle gewesen. Und das werde ich, glaube ich, nie vergessen, so in der 90. Sehr schön. Vielen Dank. Bitte. Vielen Dank.